Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Terranor üben mit euren Rob auf der Cairo Kreuzer.de gegen den BNDY, einen Tier Terranor. Hey, sehr schön. Wir spielen heute mal ein bisschen was Verrücktes. Wir machen einen Kreuzer Rush mit einem Kreuzer. Gucken ob das klappt. Sollte funktionieren eigentlich. Aber erstmal nochmal Standard Build. Wir nehmen den Tank und ein paar Marines, damit wir gegen den Repo sicher sind. Aber nur eine Barrack. Wenn der Gegner scoutet, müsste er erst eigentlich mitbekommen. So, und dann kommt noch ein BBF. Ja, wobei das 2 BBF, das ist so viel. Ich will gleich die Barrack haben. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Barrack kommt. Jetzt nehmen wir den CBF wieder. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Und müssten dann eigentlich Doppelgas nehmen. Doppelgas. Denglisch. So, Gas noch dazu. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Das passt soweit. Noch einen Worker. Nicht genügend Mineralien. Das BBF bereit. Jetzt das Depot als nächstes. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. So, jetzt können wir auch keinen Worker mehr bauen, weil wir wollen dann gleich diese Elitenzentrale haben. Die kommt genau jetzt sofort. Wenn der Worker fertig ist. Geh bitte rein. Geh bitte rein. Geh bitte zu. Geh bitte upgraden. Und du brauchst mir eine Fabrik. Jetzt ist der andere auch noch draußen. Geh bitte zu. Geh bitte. Geh bitte. So, wir bauen ein paar Marien. Nicht genügend Mineralien. Nehmen dann gleich noch ein paar Arbeiter. Geh bitte. Geh bitte. Die Kommandosentrale. Fertig. Und als nächstes dann sofort den Raumhafen. Durchgeladen und entsichert. So, hier könnte hochkommen und dort könnte hochkommen. da kommt er nämlich schon so den ersten über abgehalten nehmen jetzt den raum haben dazu setzen den jetzt hier hin und hier den frischen mule können wir nicht schmeißen nehmen jetzt noch einen gas ok wird ein müppall in so hier wieder ein stars mit dran das sind zu viele tank dazugenommen ja geht noch mit dem weeper war noch ok 1 2 worker hat er halt bekommen das passt schon wir brauchen noch einen fusionskern und dann geht es los tank steht er weiß genau was jetzt kommt er hat gescoutet sehr schön dann können wir auch noch die kommandozentrale jetzt nehmen denn er wird jetzt luftabwehrtürmchen bauen ohne ende ein kreuzer und da müssen wir mal gucken ob wir irgendwie damage machen können wir brauchen noch mehr die post so exe kommt aber auch das sollte eigentlich dann alles ein bisschen passen ist jetzt gerade nicht so der geile bild aber immerhin er wird jetzt bestimmt wikings bauen ich baue kreuzer wikings und da bin ich raus also bauen wir noch drei barracks nebenbei nehmen noch eine satellitenzentrale und der kann ja jetzt überall reinwurben theoretisch aber der kann zurückwurben das ist mir sicher wir nehmen 11 fängt mal jetzt an ich wollte ich nicht mit in der gruppe haben so habe ich jetzt die zweite maschine auch mal gebaut nehm ich neugierbar rumhofft Nicht genügend Erweiterung. Fertiggestellt. Und nun? Bin unterwegs. Ja, da hat er schon einen Viking. Wird gemacht. In Reigenfeld. Erschöpft. BWF bereit. Auf dem Weg. Erweiterung. Fertiggestellt. Geschwader unterwegs. Okay. BWF. Erweiterung. Fertiggestellt. Energie. Masonina. Verstanden. BWF bereit. Bestätigt. Immer langsam. Ja, so eine Wasch, ne? Geht anscheinend gut. Und nun? Kein Armut, was er jetzt kommt, ob ich jetzt trocken will. Kreuzerreinsatzbereit. Jetzt geht's los. Kurs ermittelt. Chasis wird angegriffen. Auf dem Weg. Ja, Commander. Was ist los? Ach, wirklich? Und nun? Energie. Hier komm ich. Ach, wie auch. Macht. Ach, wir kommen. Aufgedankt und einsatzbereit. Jawohl. Können wir eigentlich noch ein paar Quarte bauen, ne? Ja, okay, ist vorbei. Der ist zu gut gewesen. Oh, das ist geschlossen. Wer hat die Flotte gerufen? Jawohl. Geht, Gott. Geht, Gott. Geht, als Traumloch erbau'n. Bin unterwegs. Ja, komm. Der Reifelfeld, erschöpft. Geschwader unterwegs. Verstanden. Okay. ich will es da landen ja er hat hier noch genug radis vorbei das spiel das spiel ist vorbei würde ich mal sagen ja das war nichts ich habe zwar damage gemacht aber er hatte noch ein bisschen mehr als ich er war noch nicht gewöhnt ach das wollte ich doch gar nicht ich würde sagen wir sehen uns der endgabe ist der entscheidung